Herzlichen Drachengruß, danke fürs Anklicken. Ich bin Cupro und heute packen wir die erste Lieferung für den Trade Post 47 aus. Starfleet Command. Jede Menge Heferl. Heferl, Heferl, Heferl. 1,21 Gigabitze. Spock Shirt. Back to the Future Couple. Und die TARDIS. Ich glaube, ich hätte die Poster gefunden. Geldbörsel. NCC1701. Ja, die erste Lieferung ist mal inspiziert. Schaut gut aus. Also können wir dann bald online gehen damit. Mit unserem Online Shop und natürlich die erste Convention nächste Woche in Wels bei der Comic Con und viele weitere Conventions folgen. Und hoffentlich folgst du mir auch. Gute Überleitung. Ja, in diesem Sinne, bis bald. Stimmen? Ja. Okay, das geht rüber. Ja. Vad? Ja.